Wieso, weil es hier keine Holzlatten gibt, die man in die Hand nehmen kann? Waaah! Juhu! Draußen! Jaaaa! Oh, das ging aber schnell! Vitrinen! Jaaaa! Ähm, ähm, äh, ich geh mal wieder bei die Mumu-Kuhs gucken. Jaaaa! Ich glaube, ich kann deine Versandstation aber nicht aufmachen, oder? Ja, das mach ich dann nachher. Das ist gut! Da ist aber die andere Vitrine drin! Ich bin deine Vitrine! Ich bin deine Vitrine! Oh Mann! Ja, ich mach's dir doch gleich, Chester. Aber erstmal spiel ich nochmal an den Kuhnippeln. Okay. Das, äh, beruhigt mich jetzt. Was denn? Dass du nachher an den Kuhnippeln rumspielst. Jaaaa... An meinen spielst du ja nicht. Äh, äh, ja. Guck mal noch nicht. Äh, ja. Achso, ich hab noch, ähm, Samen aufgehoben. Die müssen noch weg. Äh, hier. Sonnenblümchen. Ui! Weg damit. Ach, du schmeißt ja weg. Jo. So, äh, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Ich würde mir jetzt einen Stuff rausholen. Ja, genau. Uh, yeah. Guck mal hier. Dankeschön! Dann kann ich die nämlich schon mal hinbringen. Halt, 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 halt. Da ist auch einer. Jaaaa! Das Dumme dran ist, mir fehlt jetzt noch Geld für genau eine. Ah, scheiße. Ich hab... Das war jetzt die teurere, die noch fehlt, oder? Genau, natürlich. Oh, hier ist eine Bienenkönigin. Uh. Aus und Weise hab ich die mal mitgenommen. Und ein Schmetterfink da oben. Hm, und hier ist eine Fliege noch. Ein Fliegerl. Ein Fluig. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Zum, 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 Bienchen zum herum. Ohne Stock und über, äh, über Stock und über Stein. Hatte ich auch gerade im Kopf. Warum auch immer. Das weiß ich nicht. Oh, da ist eine Schnecke. So, dann lassen wir hier eins frei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Lass ich frei. So. Okay. Oh, da fehlt ein Fenster. Ja, da fehlen nur zwei Fenster. Die haben wir noch nicht freigeschalten. Achja. Die haben wir noch nicht freigeschalten, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, jetzt. Warum haben wir das nicht? Äh, darum. Jetzt warte mal. Worauf dann? Ich möchte kurz... Ich kann doch nicht warten. Du weißt, wie ungeduldig ich bin. Jaja, ich muss jetzt kurz gucken, was ich für die Sonnenblumen... Warte, was, was hab ich jetzt hier, was hatte ich hier bekommen? 1.638. Jetzt schau ich mal, was ich vorne bekomme. Beim Sofortverkaufen. Ui! 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 Haben wir eigentlich guten Morgen gesagt? Das weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie alles ein bisschen komisch heute. Ich wache auf ohne deine Eichel. Du guckst mich gar nicht an. Hab ich dir irgendwas getan? Ne. Wieso? Hä? Weiß ich nicht. Wie kommst du denn da drauf, du? Du beachtest mich heute nicht. Okay. Ich versuche hier das blöde Museum endlich fertig zu bringen, also. Also das Museum wichtiger als ich, ja? Ja, jetzt ausnahmsweise schon, weil ich will diese Quest endlich weg haben. Ja, alles gut. Die geht mir ein bisschen auf den Keks, du. Vor allem, weil ich halt weiß, dass man mit den Dingen, die man da rausbekommen kann, big money machen kann. Ja, das stimmt schon. Ähm. Ja, weil solange die das Ding bloß auf den Keks geht und nicht auf den Jack, dann... Geht ja alles noch, ja. Ja, ja. Jau, jau. So, oder? Auf den Jack, da geh ich nämlich nur ich. Ja. Alter. Oh, Mensch. Das fühlst du mir noch mehr. Total. Jetzt schall ich jetzt voll drauf, aber das ist mir egal. So. Hauptsache ich hab den Scheiß jetzt fertig. Ich glaub, das war's dann auch. Okay. Dann fängt er an. Ich hoffe, das ist auch Zeit. Ja, und dann fängt er an, irgendwelche Dinge haben zu wollen, die man dann ausstellt. So. Aber ich hoffe nicht, dass dein Ding in das Haus gestellt wird. So. Ah, Gott sei Dank. Es ist fertig. Ich fertig? Ja, wo ist Wollen? Da ist er. In der Mitte vom Dorf. Wollen, da ist er. Äh. Ich hab keine freie Hand. So. So, komm her. Fantastisch, großartig, ein absolutes Wunderwerk. Wunderwerk. Falls es noch nicht offensichtlich war, das sind meine Eindrücke beim Anblick unseres neuen Museums. Ich kann meinen Dank nicht gebührend zum Ausdruck bringen. Zuerst hast du mir meine menschliche Form zurückgegeben und dann ... Ne, war ich nicht. Nein, das war ich. Ich wollte gerade sagen, ich war's nicht. Und dann errichtest du mir zu Ehren ein Museum. Ich bin überwältigt. Wahrlich, bitte nimm dies für deine Mühe. Na toll. Es gibt immer so ein beschissenes Fossil. Mit etwas Glück findest du welche, bla bla bla. Oh ja, Fossilienpolierer. Juhu. Juhu. Falls du interessante Sammlungsstücke findest, solltest du wieder bei mir vorbeischauen. Du kannst die auch in der Vitrine ausstellen. Ich kann jetzt kaum erwarten, dass du unsere Insekten-Sammlung vergrößerst. Okay. Darf ich jetzt auch noch mal mit? Ja. Ja, du östlicher, komischer, blauer Gnom. Fantastisch. Ja, ja. Ja, okay. Ja. Ja. Oh. Ein egliges Fossil. Oh, ein Polierer. Ähm. Nochmal ein, geil. Dann können wir ja doppelt und dreifach polieren. Ja. Ich würde aber ganz gerne erstmal was anderes polieren. Hilfe! Bleib hier! Nein, ich geh nach Hause und stell den Fossilienpolierer auf. Äh. Okay. Äh. Äh. Außerdem muss ich meine Eichel erst holen, damit du sie polieren kannst. Sag jetzt nicht, dass du die nicht dabei hattest. Doch, hab ich schon, aber die ist im Inventar ganz weit unten gewesen. Jetzt auch. Wo hast du deine Polierer jetzt hingestellt? Ach, da. Ich hab meine jetzt da hingestellt, ja. Stell deinen Rücken weiter hinten noch mit hin. Wo ist meine leere Hand? Weil. Äh. 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 Du hast gesagt, du willst polieren. Auf Hochglanz polieren. Okay. Ähm. Dann. Ich hoffe es hat dir gefallen. Okay. Wir haben bereits 435 Fossile. Oh. Doch so wenig. Ja. Weißt du was? Ich hab ja auch noch welche in der Tasche. Ja. Achso, die hast du in der Hand noch. Was? Wie viele hast du denn? Bitteschön. Ja, aber noch vier. Jetzt mach doch mal meine schönen Dinge kaputt. Okay. Also, ich schmeiß vor dich und du nimmst die. Ich hab dein Ding noch nicht kaputt gemacht. Ich hab noch einen Haufen Schlatter, den ich noch verkaufen muss eigentlich. Schmeiß rein in deine Maschine mit Linksklick. Die Gelddruckmaschine. Jetzt geht's los. Aber wir haben aber gar keine Spechle hier. Das erste Dinosaurier-Teil. Ein Flügel. Ich hab keinen Flügel. Ich hab irgendwas anderes. Durch den Kopf von Rino. Oder? Ja. Ich hab einen Mosasaurier. Ich noch nicht und meine Tasche ist ja immer noch voll, verdammt. Hä? Wieso hab ich jetzt... So. Ich hab einen Mosasaurier. Mensch, das erste Mal, dass ich weiß, was ein Mosasaurier ist, ne? Was ist denn ein Mosasaurier? Na, dieser Wasserdinosaurier. Oh, was haben wir da? Einen T-Rex-Schwanz. Ja, das ist schön. Bei mir hat es irgendwie immer noch nicht... Gut, irgendwie hab ich den da noch reingesteckt. Ein... Unterkörper vom Tri... ...Triceratops... ... irgendwas. Triceratops? Oh, ich hab nen Mammut. Nein, jetzt hab ich die Dinger wieder rausgenommen. Ah! Mensch... Jetzt können wir Money machen, du. Money, 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 money! Ich krieg das Ding doch nicht raus, du. Das nervt mich so ein bisschen. Ich hab einen Veliziraptor. Was will der Raptor? Veliziraptor hab ich gehört von dir. Uh, alter Schmuck. Warte. Mensch. Jetzt geht's los. Oh, ich hab einen Bernstein. Ja, ich hab einen alten Schmuck gefunden. Und alles, was dann schon doppelt ist, kann man dann nämlich verkaufen. Ich glaube, wir müssen noch mal wieder ins Wasser gehen, du. Oh, was ist denn das? Stegosaurus. Ein T-Rex-Körper hab ich jetzt auch noch da stehen. Das ist gut, warte, den nehm ich gleich. Ja, weil ich hab den Popo schon. Ach so. Oh, ich hab einen geheimnisvollen Fußabdruck. Das ist aber nicht meiner gewesen. Nö. Hier ist noch ein Mosaurier-Unterkörper. Oh, sehr gut. Da hab ich nämlich schon den Oberkörper. Ein Ammonit. Na genau, scheiß mich voll mit deinem Zeug. Aber du machst das doch, wenn ich... Oh, was ist denn das? Flügel vom, äh, Pla... Irgendwas. Also ich hab, äh, Peta... Pteranodon-Flügel. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das der linke oder der rechte ist. Da war der rechte. Und, äh, Plesiosaurus-Schwanz haben wir jetzt auch noch da liegen. Okay. Mensch. Oh, da ist bei dir wieder was rausgekommen, du. Ja, ja, der kommt um. Das ist Plesiosaurus-Kopf. Äh. Du bist halt komplett... Oh, ein unbekanntes Ei ist hier. Ist das aber nicht dein Einzelner? Nee. Ja, hast du recht. Ich kenn deine Eier, ja. Hatte ich gedacht. Ja. Ich hab noch einen Bernstein, siehste. Da haben wir nämlich schon die ersten Sachen dann doppelt. Das ist nämlich schon gut. Ich hab ja einen Schwanz. Ich hab einen Schwanz. Und einen Stegosaurus-Unterkörper. Hatten wir den ja vorhin schon gehabt? Stegosaurus? Äh, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, also bin ich. Du bist? Ja. Was du isst? Du bist, was du isst. Und ihr wisst, was das ist. Ähm, okay. Es ist dein Teil. Es ist mein Teil. Nein. Ammonit. Ammonit. Okay, jetzt pass auf. Wir brauchen jetzt Triceratops. Ich brauch jetzt den T-Rex-Körper. Und dann brauch ich noch einen T-Rex-Schwanz im Prinzip. Plesiosaurus. Ähm. T-Rex-Schwanz. Perfekt. Dann ist der erste... Oh, ein Fußabdruck. Der erste nämlich schon fertig. Fertig. Okay. Der erste Dinosaurier ist fertig. Okay, dann packe ich jetzt mal... Wie viele Dinos brauchen wir denn da? Ähm. Wie viele Dinos? Ja, wie viele Skelette? Ähm, es gibt ein paar. Okay. Also es sind schon ein paar. Ein Mammut-Oberkörper. Ja, wenn ich mir das Mammut so angucke, du, das... Da ist ja ganz schön viel Ähnlichkeit mit dem Ding. Du bist auch so gut gebaut. Äh, ja. Alles klar. Alles klar. Ich stelle keine weiteren Fragen. Okay, okay. Ich stelle jetzt mal hier den Kack schon mal auf. Iiiiih. Para, Velizoraptor. Da haben wir doch vorhin auch noch einen Schwanz gehabt. Das ist Plasiosaurus. Para. Mammut-Oberkörper. Mosa. Warte mal. Plasio-Mosa-Sauria. Mhm. Hä? Ja, genau. Das ist der Schwimm-Dino. Triceratops. Petyl. Das ist eine Flügel. Das ist der andere Flügel. Stego. Verdammt. Mammut. Wo bist du denn, Süßhöl? Äh, ich bin gar nicht da. Mach's mal. Bist du in der Dingsbums, in der, äh, 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 Museum? Genau, ich bin im Museum und stelle gerade. Oh. Warte, ich, ich habe hier noch ein bisschen Stuff für dich, du, wenn du möchtest. Habe ich noch das hier und, äh, ups, hallo. Ähm, und das hier und das und das. Warum? Und hier und da und tralala. Warum schmeißt du das nicht raus, so eine Kacke? Mammut. Jetzt aber. Äh, das ist auch noch Mammut. Hey, scheiße, mich aber voll, du. Ja, aber das ist noch nicht mal alles, du. Lass mich raten, du bist an meiner Maschine vorbeigelaufen und hast auch alles aufgesammelt. Natürlich. Nein, das, das kann passieren, du. Wo hast du das jetzt? Äh, an Skeletten war's das ja. Ich habe jetzt eben noch, äh, Fußabdrücke und Ammoniten und Bernsteine und sowas. Aber die Maschinen sind halt auch noch nicht durch, die laufen halt noch. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall Mammut mit drin. Tröööööööööö. Oh, was ist denn das? Habe ich gerade ein Ei rausgeschmissen? Oder was ist denn das? Nee, das ist ein Stuhanschein rausgeschmissen. Ich platziere das jetzt hier gleich mal mit drin. So, dann ist es da auch platziert. Brauchst du noch Armoniten und Bärensteine und sowas? Oder Fußabdrücke? Aha, auf diesen Moment habe ich gewartet. Die Funde für die Sammlung müssen erfasst werden. Komm jedes Mal, wenn du einen neuen Fund machst, zu mir. Ich gebe dir dann Wollen-Enzyklopädie-Punkte dafür. Okay. Fantastisch. Zur Feier dieses ersten Meilensteins habe ich ein Set mit fünf unbearbeiteten Fossilien vorbereitet. Toll, ich habe... Oh nein. Edel Vitrine. Ja. Er scheißt mich gerade voll. Ja, ich sehe schon. Jetzt bist du dran. Nee, ich habe aber nicht genug Platz in der Tasche zum vollgeschissen werden. Komm, ich habe mir... Oh, auf diesen Moment habe ich gewartet. Die Fund... Na, hast du eigentlich schon vorgelesen. Ja. Ja. Ich werde jetzt auch vollgekackt werden. Komm, kack mich voll. Unbearbeitet ist Fossil. Fünf Stück. Ja. Okay. Ja. Hexen im Mondlicht. Weil diese Hexen im Mondlicht. Große Wiener... Äh, diese Vitrinen. Ja. Du hast es schon. Ja. Mehr da bloß die komischen... Edel Vitrine. Und das Ding. Okay. Wieso? Ich will noch mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Hier blieben. Aber was mache ich mit den scheiß Vitrinen jetzt? Alter, mein Inventar ist so vollgeschissen. Hihi. Äh. Ich weiß nicht. Müssen wir die hier auch irgendwie noch aufstellen? Oder? Ja, das ist es. Ja, das muss alles im Ding stehen. Schau mal da aus. Ich glaube nämlich, dass sie die Anforderungen vom Museum geändert haben. Äh, Museum, Buch... Äh, da ist das Schild. Okay, interagieren. Fertig, fertig. Nee, ist alles da. Okay. Stufe 1, Entschuldigung. Stufe 2. Äh, da fehlen noch zwei Gemälde. Mhm. Und der Rest ist dann fertig. Na gut, wir können da eigentlich die beiden Hexen-Dinger noch reinschmeißen. Warte, warte. Was ist hier noch mal denn? Oh, ne. Ich habe nur ein Gemälde bisher. Du hast auch eins. Das ist für zwei. Toll, jetzt habe ich zweimal die Hexe im Mondlicht. Das ist doch egal. Aber die Hexe im... Oh, hoppala. Hexe im Mondlicht. Ja. Nein, ich will nicht den Hammer ausstellen. Ich auch nicht. Wieso sollte ich meinen Hammer ausstellen? Das ist ja Hammer. Das war ja dein... Ja eben, dein Hammer ist doch der richtige Hammer. So, jetzt habe ich die blöden Forscher-Sachen. Ich glaube, die Hexe im Mondlicht kommt zu uns. Äh, dann kommt das noch hier hin. Oh Gott. Wer hat sich so... Ein Gemälde zu wenig steht hier jetzt noch. Keine Ahnung. Wieso? Ja, weil ich glaube nicht, dass es zweimal die Hexe im Mondlicht gilt, oder? Scheinbar nicht, also... Schau mal. Ich habe jetzt die zweite noch aufgehängt. Doch, wunderbar. Okay. Wir haben gerade Besuch gekriegt. War... Da, hinter dir. Ja, ich habe schon wieder... Was? Wo? Nee. Wo ist er wieder vorgegangen? Ich habe von Warleen. Ja, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er wohnt jetzt hier. Ach ja. Ja, ja, der wohnt jetzt hier. Parasaurus, Stegosaurus. Haben wir auch Stegosaurus Popo oder so? Ein Stegosaurus. Ja, aber wenn ich dir keinen gegeben habe, dann... Achso. Doch, haben wir. Mie, miep. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, wie du durch mich durchgelaufen bist. Ich bin doch gar nicht durch dich durchgelaufen. So. Ach ja, ich wollte noch in die Küche. Oh Gott. Äh. Was denn? Also. Veliziraptor-Schwanz. Mosa. Pesio-Petriceratops. Körper. Veliziraptor-Körper. Okay, dann haben wir hier den Schwanz. Das ist nur ein verhältnismäßig kleiner Dino. Okay. So. So, dann packen wir den nämlich schon mal. Scheißblumen wieder. So. Nein, das ist keine Scheißblumen. Das ist sowieso was Schönes. Ach du Steiße. Okay, das ist weg. Mammut kann weg. Dann. Plesio. Mosa. Mosa-Saurio kann weg. Mosa-Saurio kann weg. Das ist der Plesio. T-Rex-Körper kann auch weg. Ich schau grad, ob ich noch mehr Plesio hab. Ich war grad noch mal ganz kurz zu Hause, dass, äh, der ganze Schuppe ist voll. Ja. Ich, äh, ich, äh, ich weiß das. Ich kann ja ein bisschen was hinschmeißen, wenn du möchtest. Nein, ich sortier grad noch aus. Hör mal auf jetzt. Ach so. Okay. Okay, da geht's so nicht hin. Dann so. Und dann nehm ich den Schwanz. Du nehmst den Schwanz? Ich nehm ihn in den Mund. Okay. Das, äh, ich glaub ein bisschen komisch, du. Warum nehmst du den Schwanz in den Mund? Warte mal. P-T. Ich wusste gar nicht, dass du so erinnert bist. Da ist ein Flügel. P-T. Para. Triceratops haben wir auch noch. Triceratops haben wir. Doch haben wir jetzt. Oh Gott, wie viel sind denn das noch? Äh. Wer hat sich denn so ein Scheiß ausgedacht? So. Das weiß ich nicht. Okay, der Triceratops hat nur so einen kurzen Schwanz. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier noch von dem einen die Flügel. Von welchem? Äh, von dem einen. Achso. Warte mal. Nicht vom anderen. Warte. Der ist, da geht glaub ich ein bisschen weiter raus. Das ist, ich glaube, so. Wenn du bei irgendjemandem was brauchst, also irgendein Skelettteil, dann sag Bescheid. Ich hab ja noch ein bisschen Stuff jetzt in der Tasche. Ja. Okay. Wer bist du? Von dem, hast du von dem... Wie heißt der? Äh, P-T... Arandon, vielleicht nur den Körper oder so? P-T... Warte, ich hab schon wieder keinen Ton, warte kurz. Moment, mein Ton ist jetzt wieder da. Peterflügel, ne, ne, Ei, Dek, T-Rex, Mammut, ne, Play, noch mehr Mammut. Mammut, T-Rex, äh, Veliziraptor und die anderen... Wie ist das Ding? Pter... Pter... Ja, genau. P-T-T-T-T-T... Warte. Ähm... Pterandum, was auch immer. Wenn ja, dann kannst du den Körper platzieren. Ich hab mir den grad hingeschmissen. Äh, der liegt jetzt gerade vor mir. Ja, platzieren doch. Das ist der Kopf. Der Kopf brauch ich nicht. Den kannst du verkaufen. Den Kopf haben wir ja hier schon. Wir brauchen praktisch den Flugsaurier und dann den Schwanz noch. Hm, nee, mehr hab ich davon nicht. Okay, ich verkaufe jetzt mal die ersten Skelette, damit die weg sind. Ja, meine Tasche ist komplett voll und ich weiß halt nicht, äh, was wir davon jetzt schon haben. Wart nicht, du. Das war... Plesio... Plesio hat man, glaub ich, schon, ne? Äh. So. So. Äh. So, so, so. So. Ja, ich versuch hier grad. Okay. Ich hab jetzt mein Inventar, bis auf diese... Sachen, die er mir jetzt noch zugeschmissen hat, so ziemlich geleert. Hey, Chester, anscheinend hast du ein paar interessante Taten verbracht. Hier ist dein Geschenk zum... Oh, scheiße. Ich hab... Ich hab's gewagt, die Farum-Fan anzusprechen. So. Ich lauf nach Hause. Warum? So halt. Ich schlafe nicht. Hm, okay, das ist schon vier Tage im Herbst. Wassermelonen wären im Sommer gewesen. Ja, wir haben... Aber gut, Sommer ist jetzt noch fünf Tage. Ja, aber keine 13 Tage, dass die Wassermelone wachsen kann. Nee, das stimmt. Eben. Da haben wir dann Baum. Baum. Das wär auch Sommer. Dann. Hm, das könnten wir so machen. Das Goldne darüber und da das hin. Gut. Ähm... Dann hab ich noch ein Sternteil und irgendwelche komischen weißen Rosensamen, was auch immer ich damit will. Oh, weiche Rose? Nein. Oh, nein. Ich glaub, du bist ein bisschen voll, du. Äh. Und hier oben geht's noch weiter. Vielleicht hier doch nicht so vollkacken. Ich schau jetzt gleich, ob ich was in den Taschen hab, was ich nicht brauch. Ich glaub, wir müssen vorher schlafen gehen, bevor wir mal müde sind. T-Rex. Ja, ja, wir gehen gleich. Warte. T-Rex verkaufen. Edelvitri... Hast du mir grad die Edelvitrien hängengeschmissen? Ich hab die gar nicht hängeschmissen, aber ja, ich hab da, äh... Das sind die von mir, ja, genau. Stegosaurus. Äh... Musa. Das war... Veloceraptor. T-Rex. T-Rex. T-Rex-Kopf. Oh, ein Püls. Kann ich's bei dir auch reinschmeißen? Nein, diese Verstand... Diese Verstandsstation gehört dir nicht. Nee, 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 nee. Okay, ich geh jetzt schlafen. Okay, darf ich mitkommen? Ja, bitte. Komm mit. Okay. Gute Nacht. Oh, ist ein Kuscheltier dabei. Hallo.